Herzlich Willkommen in der Vault. Wir sind bei Fallout 3. Nein, immer noch bei TTT, aber wir sind im Deckmantel von Fallout 3 unterwegs. Ich bin Dete und so total innocent, wie es nur irgendwie innocentig geht. Lüge, 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 wollte ich gerade sagen. Ich bin der innocentigste innocent von uns. Was? Ich bin Dete? Warum wollt ihr mich erschießen? Also echt mal, schäbt euch. Du hast wahrscheinlich den Deten getötet. Den Deten. Du hast den Deten. Ey, den Deten hast du. Hast du den Deten gekauft? Macht euch nicht lustig darüber, wie ich Sachen ausspreche. Nein, es macht sich ja auch jeder über meine Aussprache lustig, von daher darf ich das heute auch machen. Hier bin ich mit du, Marsha. Was? Wer? Was? Hinter dir. Achso, okay. Oh Gott. Ich hatte gerade Angst. Wort 101. Ich hasse es immer, wenn Leute sagen, ich bin in deren Nähe und habe sie aber nicht einmal gesehen. Schaut mal, das ist der Kuchen aus dem ersten Abschnitt. Wuhu. Da war er. Aber ihr fehlt irgendwie noch der, ach hier, Wackelkopf. Oh Mann. Ich wollte gerade den Wackelkopf. Ah, scheiße. Äh. Daima ist bei mir, also wenn, wenn ich jetzt irgendwie Ö machen. Ich wollte, wenn ich dich eben schon längst geschießen habe. Jetzt geht die Musik an, geil. Ich glaube, ich habe einen Tracer-Tester gefunden. Ich bin bei Ranger, bei Ranger, bei Ranger, Ranger, Ranger. Bin ich eigentlich grün angezogen? Bei mir sind die Ärmel so grün. Ja. Ah nee, du bist blau angezogen. Aber warte mal, warte mal. Aber du hast eng schwarze Handschuhe an. Aber du hast, siehst wahrscheinlich, grüne Ärmel und keine Handschuhe. Ein Geburtstagskuchen. Ja, so sehe ich mich auch. Aber du hast schwarze Handschuhe an und einen blauen Waltz-Anzug. Okay. Ganz normal. Geh, Geburtstagskuchen. Ja, da habe ich schon reingeschossen. Komm mal kurz mit, ich möchte mal gucken, ob das der Traitor-Tester ist. Oh, drei, komm, Baiting, keine Ahnung. Hier gibt es einen Traitor-Tester? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Also ich weiß nicht, was das so sein ist. Ich will nicht zu schnell zur Kröte gehen und vor allem nicht so viele, weil sonst macht sie tschu-tschu. Du. Ja, warte, aber es geht wieder auf, bestimmt. Ja, wenn du den halt... Ah, innocent. Innocent. Ach, cool. Alter, das stimmt. Jetzt geht du mal rein, Kröte. Ja, ich glaube, auf der anderen Seite noch einer. Geh da mal rein. Geh da mal rein. Geh da mal rein. Ja, lass sie doch da mal reingehen, wo du warst. Geh da rein. Hä? Egal wo. Also es ist eigentlich doof mit, mit Dings-Tester. Aber es kann auch, kann auch fake sein. Also von daher ist es okay. Ja, ja, manche funktionieren. Äh, Louis? Hm. Dalma? Gamma ist auch weg. Okay. Kröte, okay. Also, ich weiß nicht, wie ich sie sehen. Louis, wenn wir Dalma oder Kröte sehen, dürfen wir schießen. Einer von beiden ist es definitiv. Louis gibt aber auch keine Antwort, ne? Weil, Louis hat gemacht. Achso. Ich glaube, es war nämlich Louis und deswegen habe ich ja nachgefragt. Und Louis war aus dem Detektiv. Detektiv. Ich hab's, ich hab's. Du kriegst das Wort nicht hin heute. Nee. Ich krieg's einiges heute nicht hin. Okay, Louis war Detektiv und unser Köter war auch innocent. Der wurde mit nem Chuchu-Zug getötet. Wer, wer ist das? Ich. Du bist du, okay. Also, es ist Kröte. Also, Kröte und das Po und dann auch einer von euch. Ich will's nicht. Ich hab die ja eben gefunden erst. Muss ja nichts mit dabei. Man finden kann die jeder. Ja. Wie macht man denn die... Fuck! Wer ist das? Schöße! Ah, ist gar nicht cool, oder? Alter, ist zu! Auf! Oh, warum treff ich einfach nicht? Was... Bin ich dumm, ey? Wenn du auch rumspringst, diesen kleiner Hüpfer, ey. Stuart hat mich gerecht. Danke, Stuart. Oh, Mann. Wie gut, ey. Entschuldigung, ich muss mich mal ganz anders hinsetzen. Ah, Mann. Ich sag noch mit dem Zug. Und ich wollte grad noch weglaufen, weil ich dachte, wir stehen schon wieder so zusammen. In dem Moment kommt dieser blöde Thomas. Und der hat so eine große Reichweite. Ja, aber ich hab euch ja auch schon gut getroffen. Also, ihr wart wirklich halt so nah aneinander. Mich hast du voll getroffen. Ja, ich wollte grad gehen, aber selbst wenn... Aber gut, dass ich wenigstens hingehört habe und du dein... gemacht hast. Ja. Hast du fein gemacht, du hast super kombiniert. Ja, aber... Also, der Charter-Tester ist irgendwie zu geil. Ja, aber da gehen wir jetzt nicht hin, weil Trader-Tester ist doof und so. Ja. Ja, ich weiß, aber... Aber? Ja, ich find... also, man kann den halt vom Trader-Room... äh, Room aus, ähm... So... Sprengen. Achso! Ich hab's mit Absicht gesagt, dass sie noch bei mir gerade war. Wir sind nämlich zusammengespawnt. Wir sind hier irgendwo unten... Masha ist hier. Masha ist hier. Ja, wir sind hier irgendwo unten. Hier, hier unten sind wir in der Ecke gespawnt. Ich hab Musik alles gemacht. Ich weiß nicht, ob sie noch hier ist. Ich hab ne blöde Waffe. Masha ist immer noch da. Masha ist immer noch da. Hier ist Blut, hier ist Blut, hier ist Blut. Hier liegt sie. Wer ist das? Ich. Du? Ja, und? Warum habt ihr... Oh! Boah. Das war ne IT-Bomb. Lol. Ich hab auch Schaden bekommen, 19. Wende? Ich lebe noch, ja. Masha ist noch. Ja, ja, ich hab aber Schaden bekommen. Da mal, komm mal mit. Da mal, komm mal mit. Ich will nicht mit euch mit. Das ist... Na, wieso? Er ist Detektiv und ich bin... Ich wurde auch verletzt von der ID-Bomb. Ich bleib weg von euch. Wieso ist das du eigentlich so ruhig? Ich hab keine Ahnung. Ich hab wirklich keine Ahnung. Weil er sich wahrscheinlich irgendwo wieder verkriecht. Was soll das denn? Ich wusste in dem Moment, wo ich auf die Leiche klicke, dass es Masha ist, einfach. Weil sie steht 5000 mal da vor dieser blöden Leiche, läuft die ganze Zeit runden und sagt, da liegt sie, da liegt sie, da liegt sie, da liegt sie. Und dann kam aber auf einmal Louis. Ja, das war ich... Oh Mann, da hab ich nicht drüber nachgedacht. Ich dachte gerade, warum nimmt sie jetzt... Warum macht sie jetzt mit der Leiche nichts? Überleg noch, klick auf E und dann... Ich so, scheiße. In dem Moment hat es Klick gemacht. Ja, als du nämlich reinkamst, hab ich so total erschrocken, Louis ist hier, weil nach dem Motto, niemand weiß ja, wer wie was, deswegen... Und ich dachte jetzt dadurch, dass du auch noch Schaden bekommst, dass du kein Traitor wärst. Nein, das war in dem Moment so klar und ich dachte so, so verdient, dass du Schaden bekommst hast. So verdient, ey. Ach, ja. Ach, ja. Und das Problem ist, ich gucke ungerne bei Leichen außerdem so und so nach, weil ich schon sehr oft ins 2's ID-Bomb reingelaufen bin. Deswegen hab ich da immer ein bisschen Respekt, was sowas angeht. Versteh ich gar nicht. Versteh ich gar nicht. Der Dete kann ja eine ID-Entschärfer holen, ne? ID-Bomb-Entschärfer. Sogar. Ach, wer macht das denn bitte? Meins ja nur. Dann die beiden D-Fis. Kröte ist Dete, Kröte ist Dete. Oder? Wo bist denn du? Ja. Kröte? Dann seid der von dir. Oh, hier ist Kröte. Kröte hat schon Damage. Warum bist du verletzt? Äh, nein, du bist beim Falschen. Weil ich mir selber eine Brandbranne heute vor den Füßen geworfen habe. Oh, lol. Nein, nein! Hier ist ein Geheimfach hinterm Telefon. Ja. Ja, da ist aber nichts drin. Ja. Schade. Wohl alt, ey. Ich werde den ganzen Tag... Ich schlage hier auf dem Lüftungsschacht auf und dann so nach drei Schlägen merke ich, oh, da hat jemand auch versucht. Ja, da ist ein Schuss von mir auch beim Lüftungsschacht gewesen. Also wir versuchen es wahrscheinlich häufiger. Hier ist ein Blutfleck hier unten. Das ist wahrscheinlich von Dalma, der hat sich ja angezündet. Runter mit die... Ich wollte ne Leiter runter und wäre fast gefallen. Ja, hier kommt man gar nicht hoch. Lang. Alter. Du bist doch ein Peller. Du machst mir immer die Tür zu, ey. Okay. Guck, ich kann nicht lang. Wer schießt? Was? Weil sich hier jemand hinten in der Ecke versteckt. Wer ist denn das? Ich bin das hier oben und da hinten in der Ecke ist jemand gerade gewesen, der ist durch einen Schacht da reingekommen und hat mich gesehen, wie ich hier hoch springe und verstecke sich in der Ecke. Deswegen habe ich einfach einen Warnschuss abgegeben. Ich weiß aber nicht, wer in der Ecke ist. Das ist hier in der Ecke, aber okay. Da, da, okay. Alter, dann sag doch Fein, du sagst die ganze Zeit nichts. Ja, weil ich die ganze Zeit nichts sage, weil, äh, damit ihr, äh... Ja, da hat jemand die Türen zugemacht, der Traitor. Ich glaube, das kann man nur hier unten, also Masha oder Louis. Ja, ne, ich bin's nicht hier. Und da ist außerdem noch jemand gerade gewesen. Ja, ich komm gerade. Ja. Wir waren doch die ganze Zeit, also, Louis sag ich mal, da ist... Keine Ahnung. Ja, siehst du. Ich weiß nicht, wie man den Lockdown hier macht. Ich bin oben. Ja, wo? Das ist hier unten irgendwo einfach eine Hand denn. Ja, okay, ich war noch nicht mal unten. Irgendjemand ist auf der anderen Seite der großen Tür. Ja, ich? Okay, gut. Äh, ich bin hier. Komm, hab ja nix gemacht. Nein, da, da drüben, auf der anderen Seite, da. Boah! Alter, Masha. Boah, jetzt geht's hier mal auf. Ich bin die ganze Zeit schon hier, hat aufs euch zu erschrecken. Okay, er schießt hier. Gott. Boah, wer ist das, wer ist das dahinter? Halt doch! Hör doch auf, Mann! Mann, da hinten drin! Achso, lol. Stimmt, da ist einer drin. Aber! Ich wurde angeschossen. Ich... Ich hab den Namen... Es ist... Daima! Ah, fuck, die Tür ist du. Sorry, Louis. Ich hab nur gesehen, dachte, du hast auf den Dete geschossen. Boah, Kröte. Boah, Alter. Bringen sie mal hier hin zu mir, die, äh... Wer denn? Wer denn? Sie, 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 sie... Hä, du, da lag ne Leiche, die hast du noch nicht mal identifiziert. Was denn? Wo denn? Wo denn? Ja, hier rechts, du bist über sie drüber gelaufen. Achso, das war gut. Du bring mir die Ball, bitte. Ich hab jetzt Angst ein bisschen vor Ranger, wenn er die Leiche dann einfach ignoriert. Ja... Wieso? Ich dachte, ihr hättet die schon gefunden. Komm hier, warte. Loh, ja. Oh, fuck, ich dachte jetzt, die wird richtig drauf, Mann. Na, ich dachte, du willst sie da nehmen. Ja, ich wollte sie... Okay, warte, ich... Jetzt wird sie noch mal zerquetscht, dann ist sie noch ein bisschen kompakter. Was macht ihr denn? Ja, sie ist jetzt, äh... Wo ist sie denn? Geht... Hier, mach schnell! Nein, ich bin wieder auf! Nein! Hä? Ähm... Woll. Alter... Was zur Hölle? Ähm... Machst du das? Ah, da ist er! Alter! Fick dich mal! Ah, Mann! Bei mir um die Ecke lag meine Leiche, wo Ranger die ganze Zeit ist. Der läuft die ganze Zeit rum und ich sag noch, da hinten drin ist einer. Nein, du schießt auf mich, Bang! Ja, ich dachte halt, du schießt auf die Date, das ist das... Das ist das... Ich schieß... Ich schieß geradeaus und die Kröte springt einfach da durch. Und sagt, oh, du schießt auf mich auf einmal. Das war so du. Oh Mann, ich hab das fucking... Die war irgendwie da nicht hingekriegt, ey. Es ist eigentlich nicht gehört, dass du auf jeden... Irgendjemand geschossen hast, sondern ich dachte so, ey, was schießt denn hier bitte? Ne, ich schieß vor allem geradeaus die ganze Zeit und du läufst auf einmal so da durch und dann auf einmal... Ey, du schießt auf mich! Was, hä? Natürlich! Wenn du da durchläufst! Das war so geil! Wir schießen halt, da dauert irgendwie immer so random in der Gegend rum. Äh, ich nicht! Weil... Und... Alter, wolltest du mich grad boxen, ja? Nein, aber das war echt geil, einfach so, was? Ja, wolltest du dich boxen? Ja, immer. Mit nem Brechleide. Ich... Ich... Brauch ne Waffe und sein Handy vibriert. Ich bin De-te. Mein Name ist De-te. Ich bin Innozent. Ich bin De-te. 0012. Ich bin Innozent. Ich bin Schwäter übrigens. 0012. Ich bin Schwäter übrigens. Ich bin Schwäter übrigens. 0013. Ich bin auch einer. Er ist grad nach unten gegangen. Wer, wer, wer? Ichke, ichke, ichke. Auf mich hat grad jemand geschossen. Ähm... Äh... Jetzt. Das Spiel hing grad. Oh! Bei mir ist Mascha. Ja. Hallo, Mascha. Sorry, fein! Mein Essen? Ähm... Was? Du, das krank grad merkwürdig. Was? Du hast Essen? Oh man, wir reden schon die ganze Zeit vom Essen. Deswegen entschuldigt bitte. Wir sind alle so angefixt, was Essen grad angeht. Wir haben alle so Hunger. Das ist so unglaublich. Gar nicht, war ich gar nicht. Lüg mich. Ja, okay, du nicht. Du bist der einzige... Nein, ich bin Dete, mein Freund. Ich erschieß dich. Ähm... Achso. Sagst du, wie er da hinten steht? Das ist jetzt die sinnvollste Äußerung gewesen. Einfach Traitor, Traitor zu suchen. Ja, natürlich. Ich find auch, das war voll sinnvoll, weil ich Dete bin. Das ist von mir doch egal. Achso? Ja. Mhm. So fangen wir jetzt also an. Aha, Stefan. Ja. So stehst du also zu. Was ist denn? Ich hab aus Versehen geschossen auf die Tür. Geht die auf, stell. Nein, hier ist ne Tür, die zu ist. Verdammte Scheiße. Ich hab nur noch zwei Leben wegen dir. Ach, doch bist du. Du darfst mich ja auch runterschießen, Mascha, komm. Nee. Weil am Ende bin ich schuld, dass du stirbst. Ja, dann killen wir dich, ist ja ganz klar. Alter. Ich dachte, du hast da auf jemanden geschossen. Nein. Ich wollt grad noch sagen, so nach dem Motto, ups. Aber. Komm, ich lauf. Ach, scheiße, Mann. Ich dachte, ich bin schnell. Mann. Ich dachte, ich bin schnell. Du mein Kröte. Hey, Kröte. Ich fahr die ganze Zeit. Hey. Kröte. Okay, Kröte. Ist schon wieder so gelogen einfach, ne? Ja, Kröte. Ich hab Kröte gehört. Ja, Kröte ist es. Und ich seh dich, Stu. Du bist bei mir, ne? Ach, Mann. Scheiße. Das war nicht sehr klug. Geh doch! Hallo? Ähm. Ah, fuck ey! Mann, warum treffe ich den nie? Ich hasse es! Oh, Mann! Wer ist das? Oh Gott! Ah! Oh. Oh. Scheiße, Mann. Oh, Scheiße, Mann. Sie kommt davon um die Ecke. Oh. Alter, Schock meines Lebens. Oh, Scheiße, Alter. Hab ich sogar noch unabsichtlich die Wichtige getroffen? Wow. Alter. Ja, aber trotzdem hab ich aus Versehen auf die Tür geschossen. Ja, ja. Oh, Alter. Alter. Toll. Oh, mein Gott. Wow. Erfolgreich. Danke! Gern geschehen. Oh, warte mal. Ich stehe mal ganz kurz. Ich muss erst mal wieder klarkommen, Alter. Ich hab einen Schock gekriegt grad. Oh, Mann, Scheiße. Komm. Ich hab nur die Starter gesehen, auf einmal kommst du hinten. Oh, ich bin so erschrocken. Oh. Ich hab grad Puls, ey. Jetzt bloß kein Herz verkriegen. Alter, ich hab Puls grad. Frag nicht, ey. What the fuck. Oh. Du stehst hier AFK ein bisschen rum. Ja, der isst wahrscheinlich. Huch. Oh, Entschuldigung. Oh, ich hab übelst Gänsehaut grad. Wenn ich das euch zeigen könnte, dass wir euch... Oh. Ich hab einen Schock meines Lebens bekommen grad. Toll. Entschuldige. Jetzt bin ich innocent. Wie langweilig ist das? Entschuldige. Ja, wenn du als Traitor nichts taugst, also echt mal. Oh. Nein, war schon falsch. Okay, Louis, Louis, Louis stirbt. Nein. Ich weine jetzt. Ist mir doch egal. Ich auch. Und? Aha. 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 Machen wir hier die Treppe auf, also, aha. Erschießen hier. Kann mir mal jemand aufmachen? Nein. Okay. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Ja, hier, ich wollte die Treppe hochgehen, aber wenn von oben nicht aufgemacht ist, dann kriegt man nicht, also kommt man nicht mehr hoch, anscheinend. Doch, du wirst was warten, halt ein Cooldown. So ist es bei mir. Hä, nee. Nein, nein, ich mein, die Treppe. Treppe im, ähm, beim Fuhrpark. Huch. Ach so. Ach, man kann das doch als, äh, nur aktivieren hier. Was denn? Nee, ich hab grad, äh, in der, in dem weißen Dings, in dem Präsidentensaal, dort diese eine Tür nach unten, die Treppe nach unten geschlossen. Ach so, ja. Das wusste ich nicht, deswegen. Oh, fuck. Was ist denn los? Hier unten im Keller ist irgendwo. Wahrscheinlich ist irgendwie Louis gestorben oder so. Haga. Du hast die umgebracht. Ich hab die gar nicht umgebracht. Ich hab die nicht. Alter. Jetzt muss ich Kröte töten, weil die hier voll Endrange gingen. Ein Geschrei. Alter. Also man merkt immer, je lauter es wird im Team Sweek, umso leiser bin ich normalerweise. Das stimmt allerdings. Ja. Boah. Deshalb sag ich ja, würdet ihr alle mehr, weniger reden, würde ich auch mehr reden. Wenn ihr irgendeine Leiche findet, ne? Aber manchmal möchte ich auch einfach nur die Ruhe im Team Sweek genießen. Das ist... Wie poetisch von dir. Ja. Ich hab manchmal so Anflüge von... Poesie heißt das, glaube ich. Ja, das heißt auch Poesie. Alter. Hier unten liegt, ähm... Eine Miss Kokolores. Äh, pass auf bei... Äh, weil... Äh, das war... Weil Ranger das war. Ich hab versucht, ihn zu finden. Ja, Stuart. Danke schön für den Thriller. Oh. Okay. Was? Was war das denn? Masha, ich finde nicht, dass es der richtige Moment ist, du tanzen jetzt. Hörst du die Augen? Ich hab überlebt! Du hast dich richtig... Ich hab überlebt! Ja! Hä? Wie geht das denn? Wie kann sie denn den fucking Thriller überleben? Ja, ja. Ah, herrlich. Ja, jetzt wollte ich's gerade nochmal schreiben. Äh, ich glaube, entweder wenn man nicht nah genug ist, oder wenn man nicht genau getroffen hat, dann kann man den Thriller überleben. Ist mir auch schon... Dann hat er wahrscheinlich nicht genau getroffen, weil er stand genau vor mir, als er das abgeschossen hat. Hm, möglich, ja. Ja, das war so deine Schulter, die ich so getroffen hab. Ja, deswegen. Und ich hab noch drei, äh, hab hier quasi übrig gehabt. Oh, geil, eigentlich wollte ich auch da hin. Perfekt, Krönchen. Was war das bitte? Ja, ich hab gewonnen. Ja, ich hab gewonnen. Yeah. Wer war denn gerade hier, der Schwein? Was? Hat ja nicht gerade jemand gerülpst oder sowas? Nein. Nein. Das klang gerade echt komisch. Ich glaube, das war... Irgendjemand ist gegen sein Mikrofon gestoßen oder so. Äh, kann sein, dass... Ich trink gerade einen Kaffee. Kann sein, dass... Ihr meine Tasse an meinen Zehen knallen hören habt. Weiß nicht, das klang auf jeden Fall echt komisch. Sind wir ja schon wieder bei... Oder, oder ich hab aus Versehen geschlürft, das kann auch sein. Nee, schlürfen war das nicht, das war so... Ja. Ja, das war ich nicht. Stimmt, die Map hatten wir schon mal, ne? Ja, die Map hatten wir schon, deswegen hab ich sie nicht gewählt. Sie sind in der dritten Aufnahme und ihr nehmt genau die selben... Das war genau... Die haben wir nicht aufgenommen. Sicher? Ja. Ja, die haben wir nur zu Spaß, äh, gespielt am Anfang. Genau. Das war spaßtechnisch. Okay. Da habt ihr auf mich gewartet, quasi. Ja. Den kann ich euch alle tüten. Ich verdiente. Ich war in the preparing phase. Ja, das ist voll gut. Ich bin so klug, Mann. So übelst klug. Ja, ich bin Karl-Lukasso wie Homer J. Simpson. Ja, ja. Ja, ja, ja. Für was steht das J bei Homer J. Simpson? Für J. Für J. Junior. Nein, J. Ich weiß, Mann. E-J. Ähm... So, wer ist jetzt Traitor, bitte? Hier, hallo? Meine Mama. Hallo, hallo? Ja, du. Deine Mama ist Traitor. Mann. Ja, hat sie mir verraten. Ach, das erklärt so einiges. Alter, ich wurde beschossen, ich wurde beschossen. Hast du gesehen von wo? Ich glaube vom Videokassettenrekorder aus. Da wäre... Daimau... Hä? Nee, ich laufe gerade die Strecke... Aber wer ist denn? Daimau oder Kröte. Irgendwer hat geschossen. Schießes Kröte. Bei mir wird geschossen. Bei mir wird geschossen. Ja, ich habe sie doch erschossen. Oh, ist okay. Ähm, Miss Kukuloh ist okay. Gut, ich komme da jetzt hoch. Ich treffe nichts. Ich bin so schlecht heute. Ich muss dringend was essen, ey. Ich bin auf dem Weg. Was, du meinst, dass es am Essen liegt? Ja, es liegt wirklich am Essen, glaube ich. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich habe schon... Äh, Kröte? Stu... Stu, okay, Stu ist es. Okay. Äh, darf ich da mal hoch irgendwie? Stu! Okay, Stu. Wer es du sieht, erschießen, bitte. Okay. Wobei... Ich glaube, das geht jetzt nicht mehr so. Jetzt bin ich verwirrt. Macht nichts. Ist nicht schlimm. Wir sind hier runtergeflogen. Ach, der Rangr. Ja. Ach, der Rangr. Ach, der Rangr. Ja, schießt. Ja, du schießt. Stefan, du warst der Einzige, der dort lebte. Du, du hättest mich mal echt wiederbeleben können, Mann. Ich hatte keinen Platz mehr für den Dings. Ach, schade. Was hast du dir alles gekauft? Nur eine Taube. Alter, ich soll sie nicht essen, bitte. Oh, ja. Wann schmatzt du uns hier so schön in die Aufnahme? Ah, ich war ein Geschmack. So ein Sack, ey. Ja, boah, ich hab gar nicht geworfen. Überhaupt nicht. Äh, wie sieht es aus mit der Zeit, Schnucki? Ja, wir sind bei 25. Okay, dann können wir noch eine Runde machen. Genau, das dachte ich. Ja, die Map geht noch zu Ende, oder? Oder die Map, ich weiß nicht, wie viele Runde habt ihr eingestellt? Drei. Dann machen wir die zwei Runden noch zu Ende. Ist ja nicht so schlimm. Dann ist es wenigstens clean. Ich bin hier mit Louis und bin hier mit der Säge. Ja, ich bin hier auch. Ich bin da. Ich bin Innozente und ich bin hier mit Stu, der ist Dete. Ja, ich bin ganz allein. Ja, Dete. Du Arsch, du hast mich hier im Untergeschubst da. Bitte? Irgendwer schießt? Ja, hinter mir hat es gerade geschossen. Was? Ja, Masha, hinter mir hat es gerade geschossen. Ich habe nicht geschossen. Also, es lohnt sich für mich doch nicht. Aber ich habe auch das Schießen gehört. Ich glaube, das kam von oben. Aber es war eine Riffle, war das? Oder irgendwas? Ich habe eine Shotgun, genau. Ja, sie hat eine Schrot. Warst du? Das war knapp, ne? Das war richtig knapp. Sackfalte. Oh, Alde. Ich muss mal lernen, die Töne auseinanderzuhalten, irgendwie. Weil es verdwenen. Na von den Waffen. Achso. Ich hatte mal ein bisschen... Alter, das war wie. Ich glaube gerade. Ja, ähm... Ja, aber das war ja erkennbar. Ich fand, das war erkennbar, dass es keine Schrot war. Ja, 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 das war sehr hell. Da oben war Ranger. Ja, es sind auch einzelne Schüsse. Und bei dem Schrot, äh, merkst... Hörst du so eine Streuung? Ups. Bei mir hat jemand hier geschossen. Ja. Eine Streuung hörst du. Und auf mich hat gerade jemand wieder mit einem Riffle oder sowas geschossen. Riffle. Ja, ich sag Riffle. 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 Äh, Ranger und Dalma kommen gerade hierher. Riffle. Riffle, Riffle. Riffle, 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 Riffle. Riffle! Ey, du, ihr habt voll einen an der Riffle. Ja. Ja, echt mal. Meine Riffle ist voll die geriffelte Riffle. Ich wollte nur feststellen, dass du hier bist. Wenn ich. Ich wollte nur feststellen. Tauber? Ja. Was? Alter, ich find's halt so lustig. Ihr vier läuft einfach hintereinander her. Was ist das, Louis? Ja. Zuletzt du, dann... Ich glaub, es war Masha, dann Dalma und dann Riffle. Äh, Riffle. Ja. Oh, danke. Riffle, 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 Riffle. Riffle. Boah, Alter. Boah. Riffle. Wui! Hier in dem Schacht brennst du. Okay. Weiß nicht, ob da bei einer gestorben ist jetzt. Mach's gerade mal ab. Ja, ist auf jeden Fall in der Waffe runtergefallen, nur mal so zu irgendwo. Aus der Ecke des, ähm, Videorekorders. Da unten ist ein Flammenmeer. Oh, zieht's auf mich? Okay. Unser, unser Köter. Äh, nee. Doch, das ist der Köter. Das ist der Kö-Töter. Unser Köter. Der Köter. Der Köter. Ich hab ja auch das passende Spray dazu. Alter, da hat jemand was runtergeknallt. Okay, Stu ist, Stu ist dort. Nein, ich bin noch da, ich bin noch da. Ich bin im Lüftungsschacht gerade. Wer war das denn? Sorry, 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 sorry. Verdammt. Ranger, 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 Ranger. Ja. Ich hab das nicht, hab ich mich getroffen? Ich hab welchen, nein. Kröte ist noch hier. Ich seh'n Kröte-Töter. Ja, äh. Marsha ist hier bei mir noch. Ja. Hä? Hä? Oh, alter. Oh, danke. Alter. Wer, wer war, ach hast du das, wait, was zufrieden? Du machst das nur, damit du nicht weiter essen könntest. Ich hab's tu wiederbelebt. Ja, wer hat denn die Granate hier hochgeworfen? Keine Ahnung. Ich vermute Kröte hinter der Taube. Was? Ach, es war ne Taube, es sah aus wie die Granate. Aber die Taube, ne, die Taube ist hier unten. Unter den Schubladen, da bin ich jetzt eben erst hingekommen. Ah, da bin ich auch. Alter, ich bin nicht mehr mit meinem Kröte. Ja, ich weiß ja noch nicht mehr, wo du warst. Du weißt ganz genau, wo ich war, weil du und mich gesagt hast, warum ziehst du auf mich? Ja, und dann bist du gegangen. Und dann bin ich dann auch gegangen. Ich war immer noch im Bett. Ja, sorry, bei mir bist du hier runtergegangen. Und dann bin ich halt auch gegangen. Kröte? Also, ich hab, äh, das, das klingt sehr groß nach ne Lüge, weil ich war hier beim Haus, bin grad aus dem Loch raus, geh zu den Waffen links an, an den Schrank. Hallo! Und dann seh ich den Zuno runterlaufen. Oh mein Gott, warum schießt ihr denn einfach? Okay. Also, das klingt schon sehr nach, nach Lüge, Kröte, ehrlich gesagt. Ja, Twitter, genau. Passt schon. Das klang grad nach random. Ja. Vor allem, wenn sie Lüge ist, ist kein random. Der hat halt immer die perfekte Position für die Taube. Ja, deswegen ja. Und du bist ja nicht die, das, also das Bett runter erst dran, wo ich's gesehen hab. Ja, ja, ich bin da. Huh. Hi. Alter, Masha ist bei mir. Ja, ja, ja. Ich glaub, sie hasst mich grad so sehr. Wer? Kröte? Kröte. Hasst sie sowieso? Kröte. Geh weg. Du kommst doch die ganze Zeit zu mir. Alter, ich war in der Schublade und du rennst hinter mir her in der Zweiten. Ich werd nicht mehr alleine sein. Geh weg einfach. Ich erschieß dich so. Ich sag dir. Ja, ja, ich geh doch. Ich geh doch einfach. Nee, ich bin schon weg. Geh vor allem nicht dahin, wo ich bin. Boah. Was kann ich dafür, wenn wir gleich ticken? Alter, was gehst du schon wieder mehr hinterher? Hey, ich geh gar nicht hier hinterher. Ich geh grad in den Lüftungsschacht. Ja, genau das ist es halt. Ich war grad... Was? Wo soll ich das wissen, dass du hierher gehst? Bitte. Genau, genau, genau. Die Masha verfolgt mich, Leute. Also ich glaub, Masha ist es... Ich war in der Schublade, du kommst hinterher. Genau, und ich geh in die Zweite Schublade, da rennst du hinterher, dann geh ich raus, dann kommst du auch rausgerannt. Ich geh in den Lüftungsschacht und du sagst, ich geh in den Lüftungsschacht. Ich hab doch nicht gesehen, dass du in den Lüftungsschacht gehst. Ich hab nur gesehen, dass du nach rechts gehst. Ich bin nach links gegangen. Mehr nicht. Ich war direkt vor dir. Nein, warst du eben nicht. Nachdem du die Schublade verlassen hast, als du das erste Mal gemeckert hast, bin ich dann auch gegangen dann. Da bist du gegangen und ich bin raus. Da hinten ist die Leiche von Kröte übrigens. Ja, die hab ich erst mal aufgehangen. Ja, ich seh's. Traitors werden aufgehangen. Hast du sie erschossen gehabt, Ranger? Nein, das war erst du. Und ich hab sie aufgehangen, aber sie war Traitor. Ja, ja, ich weiß. War ja auch eine voll schlechte Ausrede, die sie gebracht hatte, aber trotzdem. Masha, wo willst du hin? Äh, nach oben vielleicht mal? Du, äh... Du Kröte, wieder mal leben? Natürlich! Als Traitor versucht man's ja ab und an. Wo ist eigentlich das Du? Ich hab keine Ahnung, wo das Du ist. Der kleine Lügenbaron. Ranger? Ranger? Masha? Du? Oh, jetzt antwortet wieder keiner mehr. Masha, darf ich dich jetzt endlich erschießen, du kleiner Traitor? Ja, sprüh noch schnell dein Spray mit meinem Gesicht drauf hin. Das ist ja eh zu spät. Äh, ja. Ja, weil du gewonnen hast. Du verfolgen, Sau. So. Ein Glück. Ah, Schaden, war's unter mir. Nein, verdammt. Jetzt bin ich hier gewesen. Ah, kacke. Ich hab aber keine Punkte mehr. Und ich denke, wo geht sie denn hin, Mensch? Aber immerhin hab ich genug getötet. Ich bin stolz. Masha? Kurze Frage, auf der, wegen deinem Spray. Wieso sieht dein B aus wie ein R? Tut das das? Kann da an der Schrift liegen? Ich weiß nicht. Oder ich hab mich verschrieben. Nee, das ist, das ist ein B. Das ist die Schriftart. Da ist nämlich bei dem, äh, bei dem B ist da quasi unten noch so ein Strich nach innen wieder. Das ist ein B. Kröte, warst du's mit der Tauber? Jep. Okay. Natürlich war sie's. Bei der schlechten Ausrede, die sie hatte. Kröte versucht nämlich als Traitor immer sehr hysterisch, die Ausrede zu finden. Das musst du unbedingt ablegen. So als Hinweis. Ja, vor allem wirft sie nur die Tauben. Ich find die immer nicht, das ist immer noch mein Problem. Also wir sind übrigens jetzt schon bei 33 Minuten. Okay, wir machen noch die Runde zu Ende und dann war's das. Das ist mal selten, äh, ein seltener Fall, dass wir mal so lange eine Runde haben. Wieso, die letzte war doch auch 34 Minuten, oder die vorletzte. Nein, ich meine, ich meine, ich meine mit Runde hier halt eine Spielrunde, dass wir wirklich durch, die sieben Minuten durchgemacht haben. Normalerweise ist, äh, sind noch drei Minuten übrig. Wer ist das? War wer? War eine Taube? Hat jemand eine Taube, glaub ich, geschossen? Kröte? Nein! Nein! Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hat jetzt irgendjemand halt eine Taube genommen, das kann ich mir vorstellen, um es in die Kröte in die Schuhe zu schieben. Wo ist die denn gestorben? Vielleicht hat's den Defi beigehabt. Wer, wer ist gestorben, Louis? Weiß ich nicht. Also Ranger ist gerade verdächtig. Irgendwer snipet hier. Sag mal, lass mich in Ruhe, da mal was. Ranger? Der hat geschossen, der hat voll geschossen hier gerade. Ja, du Lügner. Voll den in die Pumpe gerade geschmissen, der hat Kröte getötet. Ranger ist es. Ranger ist es. Nein! Ich mach's nicht. Das klang so gelogen, Ranger. Er hat gerade versucht, auf mich zu schießen. Er hat aber nicht getroffen. Ich weiß nicht, ob das mit Absicht war oder halt nicht. Wer ist das? Ist du? Also Ranger steht bei mir ganz oben auf der letzte Kran. Ja, bei mir auch. Das klang ein bisschen. Okay. Der geht runter in Richtung Trucks unten. Das war's dann wieder für diese Folge hier. Louis, ich bitte dich. Ja, danke fürs Zuschauen. Und wir machen jetzt ganz schnell Schluss, weil die Folge ist eh schon so lang. Also, tschüss. 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 Ich dachte so als Kontrast dazu. gently zu schstill.